Gehts hier raus? Da! Jo! Ich bin frei! Ich bin frei! Mein Planet! Der gehört mir! Leute! Moment, ich bin gleich bei dir! Nun, es wird später wichtig werden, da du jede Menge Aubergine brauchst. Also, ja. Oh, echt. Das habe ich befürchtet. Aubergine. Ich hasse die Teile. Die quietschen so beim Essen. Ich mag sie halt nicht. Ich mag sie nicht. Habe ich schon gesagt. Ich mag sie nicht. Aber nichts dafür. Ich mag die Teile nicht. Also, ich hol's. Machen wir das Licht aus. Oh, ja. Willst du was schreiben? Theoretisch brauche ich nichts mehr rausschmeißen. Okay, dann. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Wieso bin ich? Also, auf zur Aubergine. 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 Ach, zum Quietschigemüse. Quietschi. Quietschi. Wo bist du? Ich komme. Quietschi. Quietschi. Äh. Ah, ja. Doch. Habe ich jemals vergessen? Nö. Quietschi. Moment. Wo war's? Hier. So. Wegen dir. Muss ich nochmal kommen. Echt. Nur wegen dir. Wegen dir. Wegen dir. Ich wollte... Ich würde... Ich wollte... Ich könnte alles abhauen. Hier. Da. What? Was ist das? Was ist das? Per Zufall. Ich habe jetzt... Hä? Geil. Was kann ich da reinpacken? Aubergine. Hehehehe. Und dann geht's. Und dann gibt's. Die Aubergine möchte ich reinpacken. Ey, aber nur in den... Was ist das? Fusionsreaktor. Was? Sonst nirgends, ne? So. Raus hier. Raus. Da hinten war ich noch nicht. Oder? Nein. Jetzt habe ich mich verfranst. Das war blöd. Da geht's raus, oder? Ja. Jetzt rechts und dann links. Ja. Oh, schön. Es wird blau. Boah. Ich habe Bulgen. Jungs, ich kriege Wolken. Ich kriege Wolken. Ich kriege Wolken. Und Matils halt, ne? Klar. Und Matils auch, ne? Ich bekomme Wolken. Seht ihr das? Wie schön sie ist hier? Cool. Ich bin der Herrscher. Wie heißt mein Planet? Ich habe es vergessen. Der hat so eine komische Nummer. Den Phallus nehme ich auf jeden Fall. Ich nehme mich auch. Oh, Wasser. Dann bitte da. Ich habe genug. Ich habe genug. Ich habe genug. Ach, jetzt kann ich ja fast schon. Moment. Ja, hör auf mit Polieren. Der poliert immer das Teil. Das ist ja ekelhaft. Reisen. Okay, wenn... Aber ich brauche es ja. Dann ist es ja egal, was ich jetzt mache. Ich hole das jetzt. Wir müssen dreimal latschen. Fertig aus. Halt mir nichts über. Nur fliegen ist schöner. Cool. Oh, Quadrat ist praktisch gut, ne? Da hat sich einer festgesetzt. Mit dem Quadrat. Cool. Sieht echt geil aus von hier. So richtig fantasiellos. Hehehehe. Aber das wird noch... Der Planet wird noch viel hübscher werden. Ja, selbstwahrscheinlich. Oh, mein Kaffee ist genau richtig temperiert grad. Endlich. Lass mich mal rein. Lass mich mal rein. Eisen. Erstmals Eisen schmeißen. Okay. Das ist ja schon cool, oder? Das reicht nicht. Ich muss noch mehr Eisen haben. Was, 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 was? Wo mache ich das hin? Goldener Samen. Apropos Samen. Amen. Komm, verschleudern mal ein bisschen Samen. Das Pflanzenröhre Stufe 3. Hatte ich noch nie. Also Silizium. Oh, ich bin zu schnell. Sorry. Silizium, Magnesium und Aluminium. Silizium. Achso. Ja, ja, ich hab Silizium. Oh, nee. Ich bin der Beste. Das habe ich vergessen. Ah, fuck. Die Henne. Weißt du? Nein, das geht ja gar nicht. Ach, Mensch. Ich hab kein Silizium. Was für ein blöder Scheiß. Wo mache ich das jetzt hin? Ich muss einen neuen Schrank machen. Ich glaube, Eisen sind doch genug da. Ja. So. Jetzt wohin mit dir? Halt. Entschuldigung. Ich muss... Ah, der Kaffee. Okay. Wie weit ist das vorne? Ich muss das genau gleich machen. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Also drei Stück muss ich überstehen. Nein, das ist zu viel. Oder? Es sollte aber gleich sein, ne? Dann müsste es hier sein. Oder? So. Ne, das ist eins zu wenig. Aber das ist zu weit hinten. Das geht nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Jupp. Jupp. Jetzt. Jetzt ist gut. Juhu. Dann. Kommst du da rein. Und du. Und du. Und der Phallus machen wir. Ja, da schießt schon einer raus. Was? Die drei kannst du nur draußen dann hinstellen. Die drei? Die drei? Ja. Und. Die drei. Pflanzenreue, kann ich nur... Ah ja, okay, jetzt, dann... Ja, ich bin auf dem Schlauch gestanden. Ja, okay, okay. Also, wo mache ich dich jetzt hin? Du Scheißer. Geht das? Kann ich den rausstellen? Ah ja. Ah, da hast du was. Willst du was? Kannst du was? Hast du was? Kannst du da... Kannst du den mal benutzen, da? Ich suche einen neuen Platz für dich. Könnte ja sein, oder? Das geht. Nein, geht sogar, aber... Nein! Ey, nicht weitersagen, ich kriege das Teil nicht mehr aufgenommen. No, no. Ach so, ja. Jetzt. Ich wollte es oben draufstellen. Also, ich wollte es, dass es mitreden. Das wäre halt schon cool gewesen, gell? Aber ich glaube, dass es ein bisschen viel verlangt, oder? Ah, jetzt geht es durch. Cool. Ja, 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 ich habe es verstanden. Hallo? Könnt ihr mich noch hören? Ah! Hallo? Ah, das ist schon persönlich. Also, das nehme ich jetzt persönlich. Äh, es reicht, es reicht. Hallo? Also, Schuhring, frech, oder? Kann mich das totschlagen? Wann komme ich gerade drunter? Oh, keine Ahnung. Will rein. Ah ja. Ne, da will ich nicht drehen. Der Paulus, der will nicht. Ja. Aber ich habe jetzt schon Platz gefunden. Ich weiß jetzt, wann. Ist der Schreibtisch halt sinnlos? Was soll's? Vorläufig. Bis ich was Neues habe für den Schreibtisch. So. Hörst du jetzt auf? Hör doch auf. Ich kann es nicht richtig hinstellen. Oh, scheiße. Bis ich das jetzt so habe, wie ich das haben möchte. Da sind wir noch eine Stunde dran. Hör auf. Noch einen Versuch kriegt er. Ich muss schräg erstellen. So. Ja. So ist gut jetzt. Und dann ein bisschen weiter weg. Man muss einfach hinstellen und stehen lassen. Echt. Nicht mehr drüber nachdenken. Lass es. Lass es. Boah. Es kann dir auf jeden Fall Leben abziehen, wenn du getroffen wirst. Von Metroid. Oh, okay. Hallo. Onkel Hilde. Grüß dich. Alles klar. Ich habe gedacht, es tötet mich. Okay, dann würde ich sagen, wir holen den Rest. Wir haben ja noch viel oben liegen. Warum leuchtet das? Ah, Scheibe. Ja, Mexi hat recht. Ah, okay. Hey, alles voll Profis. Nur ich bin der Laie. Aber, ey. Haha. Wir gehen hoch und holen den Rest. Lass mich das mal trinken. No, 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 no. Ich mache jetzt die... Moment. Was willst du? Pflanzenröhre Stufe 2. Ein Eisen. Zwei Eis. Ein Eisen. Zwei Eis. Wo habe ich das Eis? Wo habe ich das Eis? Wo habe ich das Eis? Ich bin verwirrt. Eis. Ich habe kein Eis. Kann das sein? Ups. Doch, das muss hier sein. Ne, ich habe kein Eis mehr. Leck. Ich habe kein Eis. Ich habe kein Silizium. Eis. Doch, da, Mann. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Sonst gibt es einen Knall hier. Also. Dann zwei Magnesium und ein Silizium. Äh. Ja, zwei Magnesium und zwei Silizium. Jetzt muss ich die Silizium suchen. Los, lasst uns die Silizium suchen. Willst, willst lachen? Ich habe jetzt einen der weniger. Da, der, der delt. Als wir und viel weiter ist. What? Achso, du hast, ja. Gib mir Silizium. Da ist Silizium. Die brauche ich zwei. Ne? Habe ich Essen dabei? Nein, ich habe kein Essen. Ich muss zurück. Doch, ich habe eins. Liquid Water. Level Blah. Zwei, oder was heißt das? Silizium, da unten. Höh. Da ist viel Silizium. Silizium. Himmel. Ich bin im Himmel. Yo. Yo. Und Eisen. Schmeißen. Nimm das Silizium. Boah. Ich bin voll. Wie blöd. Ich esse. Hm. Okay, dann zurück. Langsam wird's. Langsam sieht's gut aus. Warnung. Sauerstoff. Jupp. Hab ich. Mir geht's super prima. Echt Spaß zuzuschauen. Und für Unterhaltung ist auch gesorgt. Ja. Alles gut. Dann ist alles gut. Dann habe ich alles richtig gemacht, oder? Ich muss mich mal kurz bewegen, hier auf meinem Stuhl. Das freut uns. Ja. Das freut mich sehr. Wohin mache ich jetzt nicht? Zweier. Ah, da geht der Saft aus, oder? Hab ich. Also. Ich habe ja einen Bildschirm. Ich kann ja kontrollieren. Nee. Ich habe einen Bildschirm. Wo ist der Saft? Da ist der Saft. Das ist ein bisschen wenig, oder? Denn ich brauche. Einer braucht. So, da habe ich noch gar nicht. Die sind gar nicht drauf, oder? Doch, da. Einerhalb kW. Kann das sein? Das kann nicht sein, oder? Doch, eineinhalb. Ah, dann geht's. Pass mal auf. Kann ich die da reinkriegen? Cool. Wo ist mein Blümchen? Da. Siehste? Goldner Samen. Aha. Ich habe mein Samen verschleudert. Der Berti muss schlucken. Was wolltest du nicht? Die dritte Stufe der Pflanzenröhre bauen? Ja. Aber ich habe jetzt halt... Achso, ja. Ich habe noch... Es stimmt. Hast mich erwischt. Scheibe. Hast mich echt erwischt. Meine Herren. Ah, jetzt geht doch mal von dem Alu. Oh. Apropos Alu. Gib den Samen her. Du kriegst meinen Samen nicht. Ich glaube, du hackst. Jetzt kann jeder kommen, oder? Wieder meine Samen. Amen. So. Dann... Pflanzenröhre Stufe 3. Das ist ein bisschen zu verloren hier. Hey. Der verschleudert den Samen nicht so gut. Habe ich das Gefühl. Oh, ich habe nicht geguckt, was da Strom frisst. Hallo? Reicht doch, oder? Müsst reichen halt. Das müssen wir beobachten hier. Muss ich das irgendwie speziell in die Nähe? Ja. Das wir sehen, oder? Das sieht doch schon ein bisschen kribbelig aus, das Teil, oder? Okay. Na dann, zeig mal, was du kannst, ne? Ihr seht, es ist gewalmt. Es produziert. Halt, ich kann es nicht... Ah, ich muss das... Ja, so kann ich es besser lesen. Sauerstoff. 62,4 Einheiten. 600 Prozent. Okay. 8,7 Strom braucht es und du kannst es überall außen platzieren. Ferti, deine... Komm, schau zu. Ah. Apropos. Sauer, schau, schau. Ich bin sauer. Schauf. So. Und jetzt muss ich erstmal was ausziehen. Jetzt wird es mir warm hier. Ah. Alles klar. Sehr gut. Langsam wird es. Aber dann kann ich dem doch trotzdem was geben, oder? Nein. Hallo. Okay, wenn du sagst. Jetzt pass auf. Mixi. Ähm. Ich brauche die Aubergine. Brauche ich die auf Vorrat? Kann ich... Muss ich da schon vorplanen? Ich meine, das ist jetzt entschieden. Das hast du halt leider schon gesagt. Sollte ich jetzt schon mir vorrichten von den quietsche Dingern. Ich hasse die Teile. Ich hasse... Ich hasse... Ich hasse Oberschiene. Wäre angebracht. Scheiße. Ich mag die Teile nicht echt. Also gut. Also gut. Dann wenn es denn sein muss. Es ist zwar nicht so mein Ding, aber... Nachhaltig ist da hier ein Wasser ohne Alu. Alu, 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 Alu. Das mache ich jetzt. Wieso immer auf der Mama, Mensch? Geh runter von dem Namen. Dann schmeiß das da rein. Guck, da habe ich doch viel. Oh, da, die, da, die, da. Ich kann mich erinnern, dass du noch im Zwischenlager Alu hast. Wo ist das Zwischenlager? Ah, oben? Meinst du? Ja, ja. Ah, ja. Ja, sorry. Ich habe wieder... Ja, ja. Da habe ich... Das habe ich gemeint, ich muss hingehen. Also, ich trinke noch einen Schluck von meinem langsam kälter werdenden Kaffee. Hm, ist da fein. Leute, denkt dran, immer genug zu trinken. Ach so, und ich habe... Hey, Mexi. Du kennst dich doch aus, ne? Ja. Ich habe eine Frage an dich. Also, wenn ich hier pisseln muss unten abseilen, wo mache ich das? Wo geht das hin? Da ich mir ja nicht den Raumanzug öffnen kann. Ich habe mir ja mal Gedanken gemacht, wie das riechen muss da drunter in dem Anzug. Also, ich weiß ja nicht, ne? Ich mache ja... Ne? Hm. Hm, hm. Ich meine... Ist doch berechtigt, die Frage. Wo geht es hin? Ich könnte ja rauskacken oder scheißen und dann könnte ich als Dünger verwenden. Aber nee, ich darf es ja nicht verwenden. Also muss es ja im Raumanzug bleiben. Wie wird es verwertet? Komm, wir holen die Sachen. Ist doch berechtigt, die Frage, oder nicht? Habe ich genug? Ja. Heißt du dir mal Gedanken darüber gemacht? Hm, gute Frage. Das wird um materialisiert und in seine Moleküle verarbeitet. Ja, das habe ich mir gedacht. So wie denn... Wie heißt es? Oh, Silikon. Oh, ich versuche das mitzunehmen. Silizium, nicht Silikon. Ich habe Silikon gesagt. Wie bei Dune, ne? Also Silikon gefällt mir halt besser, ne? Also ich weiß nicht. Da gibt es so viel Silikon. So, hier im Zwischenlager. Hallo, Zwischenlager. Achso, Hallo wollte ich. Oh, ein Hallo. Boah. Hallo, Hallo. Hey, Bubbelu. Hm. Ist das besser? Ach, wir kommen wieder. Keine Frage. Komm, hau ab. Ich mache das leer. Ich möchte den Platz gecleanet haben. Sieht echt gut aus von hier. Oh, leh. Oh, Schuss. Ich wäre fast runtergefallen. Wart mal. Moment. Moment.